um um mann gefolle doch ein überlebenskampf machen noch mal jetzt ein Ja, so nicht. Können wir? Ja, so. Wie lange hältst du? Das wären jetzt 10, hoffentlich alle. Ich habe nie einen Würfelbock. Hä? Am Würfelbock bist du der erste verstorbt. Was meinst du? Ja. Ich denke nicht. Ja, ich denke jetzt wird das Problem, ich kenne so keine guten Punkte zum Verstecken. Ich weiß nicht noch, wo die Leute kommen. Naja, das ist es halt. Ich habe den jetzt hier noch nicht so oft gespielt. Da kommen sie. Okay. 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 Manchmal behaupten sie sogar, du bist Vater. Was? Sie schreit manchmal, you are dead. Du bist Vater. Ja. Hier dann bitte später ein Grillenzirken einblenden. Da unten. So, es fehlt noch zwei. Drei sind es noch. So. So. Sammelt ein, meine Kinder, sammelt ein. Die hatte ich auch gerade. So. Na dann mal gucken, wo sie herkommen. Ja, ist aber auch keine Wirklichkeit, dich zu verstecken, so unterhalb der Helis kommen. So, wenn wir drei, vier. Sind wir doch hier. Ja, können wir schon umgehen. Keine Säule. Doch hast du. Kev. Ja, und bei der Tiefgarage meinst du, da? Richtig, ja. Ja. Hier ist einer ein Klitten. Ja, ich sehe aber einen auf der Map, der... Was? Ein Gegner, ein Furz? Ja, ein Furz. Gut. Gut. Diese scheiße Terneheizung. Wie scheiße wo ist? Hier. Ich muss mal raus hier. Ach Gott. Man merkt schon, Kev versucht sich nur an das zu halten, was Sven gesagt hat. ja völlig zu sterben das hat gesorgt gut das ist so lebe ich noch von daher alles gut das ist das blöde stück dahinten das darum wenn sie erlaubt die waffe zu wechseln ich weiß nicht wie doof die ist es ja dein charakter deswegen ist das so gut im bett auch ein neues mit drei jetzt ein bisschen kritischer ja ich will jetzt mal ein bisschen du bist vater so lebe ich werde geschossen ich weiß aber nicht woher scheiße ja leute ich kann ein bisschen hilfe gebrauchen aber alles gut hier käft willst du nicht mal deinem weibchen helfen jetzt mal ohne scheiß ich wollte jetzt mal den polizeiwagen da holen der mir da so fahren wollte alter alter das hasse ich wie die presse die würde keine ahnung was wurde herkommt da neben mir waren alle auf derselben seite ja schon bei mir auch aber ich weiß nicht wo der sind sind alle foto da bist du noch einer da ist hier drunter damit habe ich schon die wetter gewonnen also zwei sehr verloren riesiger weise war vertreten runde wenn man wenn man seine seine frau auch im stich ist dann ist das so naja ich habe von kevin ist schon das erwartet ich habe es so gerade den rücken und ich versuche ein bisschen frei zu halten so viel zum thema dazu zum thema im stich lassen ich bin so interessant auch wieder auf meiner zeit ihr wollt mich doch verhorchen jungs ich habe die kommt davon auch an derselben seite jetzt wenn ich weggehe kommen sie von der seite nicht vorhin abgedeckt habe ist ja klar hier ich mache hier verkündet sich um heli kevin hast du mir mal lust mitzumachen kann ich machen bekommt diesen moment die ersten zwei runden ging er mich für zum thema mitmachen du hast viele abgeschossen okay kevin ja du hast uns zwar im stich gelassen aber hast wieder abgeschossen ein moment ich habe ihr habt euch nicht im stich gelassen alles gut gestorben ganz aus dann ist es meine schuld gewesen dass ihr gestorben seid okay gut dass das geklärt hat endlich siehst es ein drehst du bist immer schuld da war ein paar kugeln bei dir das hat es noch gerne ich stehe alter wie assi bist du denn da sagt der kleidler ist auf die weste drauf zu das sieht man doch aber die wollte ich jetzt nicht mehr da war schon die andere richtung gelaufen ganz ehrlich das war ja das war ja das war sinnlos ist doch leute man war kommen also alle immer meine aber kannst du einfach mal sterben was ein problem damit allgemein ja also ich schon gerade da schießen die auf mich mit raketen das sind also raketen sind nicht vom gegner ist da oder kevin versteckt hinter mir neben dir die baum legt doch einer vorsicht bei dir davor sind haben wir uns kommen hinter dem baum steht hinter die raum schilder die ganze zeit zumindest wie sieht er mich da als die wir sind verloren ich versuche es jetzt gehen sie da lang da hätten sie jetzt der nächste raus da okay Was? ich hätte schon gedacht dass du noch so lange überlebt kevin versuche die runde noch zu holen ich bin drum so ist es noch einer das machen stolz der geistert noch vorbei jetzt wollte sich einen runter und da kommt da wir wollen uns einen runter ja natürlich ich war ich doch dabei annäherungsmien auszulegen falls die autos daher kommen sollten hat gekriegt mein erstes war gestorben in der sechsten runde aber ins hat der headshot gekriegt ich hatte volles energie von energie das war die autos alle rachie sind hier so komisch morgens bist du das nein und dort kannst du halt machen stolz da gehen wir nicht auf den tag ich habe anderes zu tun hier 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 Okay. Nein! Oh, schade. Schade, schade. Gott, sind wir arsen. Nach sechs Wellen gehen wir so schnell aus. Na ja, passiert.